Wir schauen uns noch mal die Trends an. In 10 Minuten geht das Turnier los, wir schauen mal durch was hier geht. Platz 1, hey Lea, Switch, von hey Moritz, den habe ich erst seit zwei Tagen auf dem Schirm. Habe ich nicht gesehen, wurde mir vorgeschlagen und das obwohl ich keine Vlogs gucke. Unfassbar viele Klicks, habe den Typen noch nicht gecheckt, kann mir noch keine Meinung dazu machen. Das ist ein 24 Sekunden-Videos, Platz 1 in den Trends. Jetzt müssen wir uns angucken, was ist da los. Das ist Platz 1 in den Trends, das ist ja krass. Das ist ja richtig krass, well played YouTube. Also das berechtigt, finde ich, Platz 1. Ich habe nicht viel erwartet. Katja Parodi, ja habe ich schon gecheckt, aber warum ist das Platz 1? Ich habe nicht viel erwartet, aber das wurde noch mal, ja, unterboten. Stark. Warum war das jetzt auf seinem Kanal von ihr? Das habe ich auch nicht verstanden, aber gut. Es war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.